Du wolltest diesmal mitkommen. Hey Kleine! Hey Schwestern! Du warst einfach ewig weg. Es waren drei Tage. Wo gehen wir hin? Bevor Maui Tefitis Herz gestohlen hat, wollten unsere Vorfahren unsere Insel mit allen Völkern des gesamten Ozeans zusammenbringen. Es ist meine Aufgabe, als Seefahrerin zu beenden, was sie begonnen haben. Vajana, zeig unserem Volk, wozu wir bereit sind. Das ist der Ruf unserer Vorfahren. Mitten in einem gewaltigen Sturm verbirgt sich eine sehr alte Insel. Wer sie findet, kann den Fluch brechen und unsere Völker wieder vereinen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Maui, ich könnte echt deine Hilfe brauchen. Kriege ich ein Chi-Hu? Du wirst vernächtet und deine Seefahrerin ab. Jetzt könnte sie fast das Lava-Monster. Au! Au! Was, wenn du nicht zurückkommst? Ich komme zurück. Ich verspreche es. Wäre ich da Menschen? Das sind keine Menschen. Coco! Nora! Leute, wir schaffen das! No, no, no! Na dann los, ihr Kokos! Nüsse! 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 Nüsse!